Musik 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 Ja, hast du deine Kreativität? So, kannst du jetzt... Aber nice! Ja, ich brauch... Alter, wie viel Kohle das ist! Und jetzt so ne Glücks-3-Spitzhacke, ne? Ich werd nicht mehr. Ja, doch. Ja, ich werd schon noch, aber trotzdem. Ähm... Ja, was? Ich find ne Steinspitzhacke voll toll. Ja, und? Ich hab keinen Stein. Ich auch nicht, warte. Eins... Zwei... Drei... Zack. Muss man alles selber machen hier? Ja. Alles muss man selber machen. Alles muss man alleine machen lassen. Stimmt, genau. So, Eisen... Nehmen wir mit. Oder machen wir erst mal Eisenrüstung. Haben wir schon so viel? Äh... Nö. Aber... Eisenwerkzeuge können wir schon machen. Ja, und ich hab schon einen technischen Fortschritt. Das heißt? Ich hab schon einen Stein gebaut. Komm, du laberst. Boah, man hat ja genau gepasst hier. Du laberst! Du hast Stein? Stein? Ach Gott. Stein hab ich mir gegönnt. Hast du dir gegönnt? Boah, jetzt ein Stein. Boah, jetzt ein Stein, ne? Hätte ich ja jetzt voll Bock drauf. Ja. Hashtag Forrest. Was? Forrest? Hashtag... Ja, Hashtag Fliese Forrest. Warum? Hab ich noch nie gespielt, ne? Ich schärme mich richtig. Ach, das ist nicht schlimm. Ich hab das auch noch nie... Ah doch. Klar. Hallo, das ist sogar Let's Played. Nein. Nein. Das halte ich für ein Gerücht. Ist ja jetzt Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Danke. Hi. Hier unten geht das auch noch weiter. Guck mal. Wollen wir da mal rein? Einmal nur kurz gucken. Oh, hier ist das coole. Nur kurz gucken. Sagt dir die Frau und ging Möbel shoppen. Oha. Okay, hier ist ne Abzeigung, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Alter. Hier ist Hardcore Action mit die Creepers, äh, mit die Dings, mit die Skelettons. Oh, ich hab Eisen. Gefindet. Eisen gefindet. Boah, Alter, wir gehen ja rein. Wieso, äh, sonst was? Früher hatte man noch Angst in der Höhle. Jetzt? Nö, rein. Ja, aber wir sollten hier nicht weitergehen. Das sollten wir dann irgendwann mal, äh, mit einer dementsprechenden Ausrüstung vollziehen, ne? Ist das nach deinem Geschmack? Ist das nach deiner Vorstellung? Ja, das ist ja nach meiner Vorstellung. Sehr gut. Dann machen wir das auch. Brauchst du eigentlich Hammelfleisch? Jetzt hab ich alles geklaut. Ja. Ne, äh. Wo hast du? Ich hab, ne, ich hab hier was interessantes entdeckt. Oha. Was denn? Ein Dungeon? Ja, ne, du kannst, du kannst hier gleich selber, also. Das siehst du schon, wenn du drauf vorbeigehst. Okay, jetzt hab ich Angst. Wahrscheinlich hat er wieder irgendwas komisches hingeschrieben. Nö. Was denn? Hast du das nicht gesehen? Oder er spraff mich jetzt mit Schweigen? Nee. Wir sollten uns nicht umbringen. Sonst ist es wohl mal wieder am Anfang. Bestimmt, weil wir unsere Betten abgebaut haben. ich fand das lustig also jetzt Prozent die Klinik das ist die Klinik-Lukas-Mark-Anal-Höhle oh, ernsthaft, hier geht's noch mehr weiter ja, du wirst es ja wissen, ne? ich frag mich woher ja, ich hab Google und so, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens habe ich das im Spiegel online gelesen blöder Spiegel ja ich mein, diese Presse ja, der spiegelt halt immer so ein bisschen blöd, ne? alter, wie na, hier haben wir jetzt ein bisschen Rohstoff guck mal, hier unten, die sammle ich jetzt nochmal ich bin da links, siehst du die kleine Hürde, wo ich reingegangen bin? nö ok, dann der Foschi-Set ähm gibt's hier noch mehr? gibt's hier noch mehr? Eisen? Rohstoffe? Silber? wie Kronke mal sagt, Silber? ich feier das immer noch ja, ist doch Silber das ist Eisen das ist Eisen scheiße nach, nach sechs Jahren nicht gelernt ne ich hab auch nur bis zur 700. Folge geguckt ja, und jetzt wieder live in the woods ein bisschen, ja weiß ich nicht, mal angenommen hier ist wirklich irgendeiner, der wirklich ernsthaft zuguckt gerade noch, was ich bezweifle ähm schreibt da mal in die Kommentare ob du sowas auch guckst, Hongkong ich hab das ja jetzt gefeiert ja, können wir jetzt einfach mal als Thema nehmen ähm, hast du das gesehen? die, ähm ADAC ADAC Simulator ADAC Simulator ADAC Simulator ja, der war fand ich ja fand ich ja auch lustig aber das war aus dem, äh, aus dem Twitch Stream, ne? ja, stimmt aus dem Stream auf dem Live, aus dem Live-Strom 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 mach ich ja auch nicht nur wieder mal hm, du? ja, ich, ja, ich, ich, ich ja noch nie hab ich ja noch nie gemacht Werbung äh, Schleifern hab ich ja noch nie gemacht irgendwie hab ich gar keine ich dachte, ich hab keinen Inventory-Platz das hat er ja noch nie gemacht was? wo bist du eigentlich? hey, wieso? wir könnten doch auch mal zusammen, äh, ich will The Last of Us weeeh, wir könnten auch mal zusammen The Last of Us streamen du lagst bei mir ein bisschen also, was für PC? bist du noch da? ja, danke okay, er leckt grad ein bisschen aber das kommt hey, wo, wo komm ich denn jetzt hier raus? ach da wo bist du eigentlich? bin ich jetzt besser dran? äh, du bist jetzt, du, jetzt verstehe ich dich wieder besser, ja? hallo? wo bist du eigentlich? diese Qualität hier so ja, hi! äh, ich steh hier so rum ja, wo? in der Höhle? ja ach, ich bin schon wieder oben ach so, ja, dann geh ich auch nochmal oben ähm The Last of Us können wir nochmal zusammen streamen ja, genau, wir waren beim Twitch streamen beim, beim strömen genau ähm, ja da The Last of Us, ja wie? ja, Playstation 4 hat auch die Funktion ach, stimmt da kam, da, ja, da kam er ja direkt aufs, auf, ja, 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 ja ja The Last of Us, ja, einer meiner lieben Spieler, wirklich Oh, ich, oh mein Gott, 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 komm, tötting, töttingen, töttingen, wir wollen kein Loch Ja, ja. Sehr gut. Boah, das Skills. Das Skills. Ja, ihr könnt auch mal was anderes streamen oder so. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir es ja einfach mal machen. Ich guck gerade so, äh, das hab ich hier. Fallout 4, das dauert aber zu lang zum Streamen. Until Dawn hab ich hier. Äh, Just Cause 3, Witcher 3, Thief, äh, Call of Duty Black Ops 3, Killzone. Äh, lass mal schlafen, oder? Können wir tun, ja. Naja, aber erstmal haben wir jetzt unser schönes, äh, Alter. Erstmal haben wir jetzt unsere schöne kleine Baurunde hier, ne? Ja. Können wir ja irgendwann nochmal fortführen, bei Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich hab da jetzt gerade richtig Bock zu. Eben. Habt auch richtig Spaß dran. Wo ist dann hier meine Hashtag-Basis? Ja, hier, hier hinten. Ja. Ja, ich hab mein Schild geändert, weil du ja Kreativität wolltest. Hashtag 01, oder was? Ja. Mörderkreativ, so. Gut, ja. Ja, ja, ja. Fuck, ich konnte nicht mehr. So, ähm, ja. Will ich mal sagen, ich stell mal hier einen Ofen auf und eine Kiste. Erstmal mach ich mir eine Kiste. Eine große Bickelkiste. Bigger, Bigger, Big, Big, Bigger. Bigger, Big, Big. So, hier. Bigger Dick, Big. Nein, Bach. Bigger Dick, der verschießt. Ähm. Boah, ich kack jetzt in die Truhe. Ich kack jetzt in die Truhe. Boah, das wär voll cool, wenn das geht, oder? Dann machen wir aber wie viele Öfen? Fünf Würfen? Vom Würfen. Ein kleiner Insider von uns. Vom Würfen. Äh. So. Schön, dass du das noch kennst. Vom Würfen. Kenn ich noch. So, zack, hier mal. Und hier. Ist das jetzt so ein bisschen back to the route? Das ist ein bisschen, ja, da müssen wir uns dazu sagen. Wir haben ja schon, wir sind ja schon ein bisschen länger am Minecraft-Spiel. So ein bisschen. Wer ist das nicht in unserem Alter, ne? Muss man auch mal sagen, wer ist das nicht? Und damals. Wann war das? War das so ein 12 oder so? Ich glaub schon. Ja. Da hatten wir auch so einen kleinen. Ja, da. Also wir hatten noch nicht mal Multiplayer. Wir hatten einfach bei mir auf dem alten Rechner, auf meinem Laptop. Oh Gott. Oh Gott. Hä, nee, hast du da nicht bei mir gepennt? Und dann haben wir die ganze Nacht bei mir gezockt? Ach stimmt, klar. Das war auf deinem Rechner, ne? Auf der alten blauen Riesenkiste. Ach, das war ein Zeichen. Mhm. Und da ist auch wieder gemutet. Ja Leute, das ist wieder live. Nein, ähm, was mach ich jetzt eigentlich eigentlich? Also verrottetes Fleisch, kann man das... Ah, vielleicht hätten wir das ja zur Zeit mal wieder rösten können. So, also... Ähm, was wollte ich denn jetzt hier reinschmeißen? Ähm, fünf Öfen. Genau, das war ein Insider. Da hatten wir halt fünf Öfen. Und seit jetzt vier Jahren ist das halt irgendwie so ein Insider. Okay. Aber ich kann gar nicht schmelzen. Doch, Eisen natürlich. Ich bin so blöd. So, was kann ich schmelzen? Eisen. Ich trinke mal eben kurz was wieder. In der Aufnahme. Oh, sehr professionell. Vielleicht ist's hab ich auch los, Arschloch. Machst du eigentlich ein, äh, ein, so ein Mini-Reise-Vlog zum, äh, zum, zum, zum 20.03.? Was machen wir denn da, MC Vollmer? Hm, ich weiß es nicht. Sag du es mir, Chip Lukas. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich schön fände? Ja, was denn? Es, es gibt ja hier, es gibt ja, ähm, Tittenfische, so Alligatoren in Minecraft. Das wär's dann noch, oder? Boah, Alligatoren, oh, ja. Wahrscheinlich machen die ja so komische Geräusche irgendwie so. Ja, genau. Alli, Alligator. Alli, Alligator. Und vielleicht hat der auch so einen Kumpanen dabei, den, den guten Berater-Boy-Basti. Oh mein Gott, wie ich den hart feier, ne? Ich hab ja, ich dachte immer, der heißt, Butler-Boy-Basti. Nee, Berater-Boy-Basti. Der ist, der ist auch in Münster dabei. Der ist die ganze Tour über der Wall. Ja, ja, voll cool. Vielleicht machen die auch ein paar Lieder zusammen. Ja, ja, wahrscheinlich Rahmenfälter. So am Apparat oder so. Am Apparat wahrscheinlich auch, ja. Ach, schön. Genau, ähm, ja, wir gehen mit ein paar Kumpels, ne, nach, äh, Münster, hier in der Nähe, nach, äh, auf ein Alligator-Konzert, also. Ja, ich wusste bis vor ein paar Monaten nicht mal, dass Alligatoren überhaupt, äh, singen können. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ja. Und, so sei es, und wir gehen direkt auf ein Konzert von einem, äh, Alligator, ne? Das ist, ähm, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht knutscht der mich ja. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Ja, gut, aber dann... Mit Zunge. Mit Zunge. Ah, du mit deinen Fetischen. Ja, so ein bisschen. Ich hab ja auch die Box hier stehen. Hier, die Musik ist keine Lösung. Box. Ach, Musik ist keine Lösung. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Alligator. Oh, einer der besten Künstler in Deutschland. Wirklich. Ich feiere den richtig hart. Wirklich. Also, richtig gut. Und, ne? Äh, Trailer Park for Life. Und so. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber Trailer Park, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ähm. Was macht... Also, ich... Warte, ich tue mal eben gerade alles in die Box hier. Ich bin gerade so unproduktiv. Ja, ich auch. Wir reden einfach nur die ganze Zeit. Aber dazu ist das ja auch da, ne? Ja, stimmt, ja. Genau. So, jetzt hole ich mir alles Wichtige wieder raus. Das mache ich immer. Erstmal alles in die Box schmeißen und dann alles Wichtige wieder rausholen. So, was wollte ich noch? Holz ballte ich mal. Das ballte ich auch. Koppel. Graue Wolle ballte ich nicht. Fackeln. Und das Fleisch. Also. Genau. Am Sonntag, dem 20.03. fahren wir abends auf ein Konzert von dem guten Lukas Strobel, heißt er, glaube ich, ne? Lukar meine ich, oder? Lukas? Nee, doch, Lukas. Ja, Lukas. Ja, Lukas Strobel. Und, ja, machen wir einen Vlog. Können wir machen, ne? Also, äh, Leute, ne? Ihr wisst ja, USA war dieses Jahr, war letztes Jahr schon ganz groß. Und wir machen, also ich mache unter anderem eine Reise nach London. Da werden wir natürlich wieder filmen. Und auch nach Ameri- Ach, Amerika, was sag ich denn? Nach Mallorca. Auf die schöne spanische Insel Mallorca. Werden wir auch einen kleinen Vlog machen. Natürlich sind wir für ganze zwei... Oh, jetzt fängt doch die Musik an. Sind wir für ganze zwei Wochen auf Mallorca. Das wird auch richtig nice. Da werde ich auch wieder die Kamera mitnehmen. Genau wie in Amerika. Ach, ich freue mich. Das war schön. War eine schöne Zeit. Das haben ja auch schon, ja, wahrscheinlich auch viele von euch gesehen. Und, ähm, genau. Am, wann ist das? Der 31. Juli, glaube ich. Ja, was ist am 31. Juli? Weißt du das eigentlich? Nee. Ach, bist du da nicht wieder im Urlaub? Wie immer. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz? Ich war nur eine Weltreise. Da freue ich mich nämlich fast am meisten drauf, weil, ja, Mallorca ist gut und schön, wirklich. Aber, also, klar, Mallorca ist richtig nice. Freue ich mich wirklich drauf. Aber, dann eine Woche später geht's auf ein Formel-1-Rennen nach Hockenheim. Und natürlich werde ich da auch die Kamera mitnehmen. Das wird ein mega geiles Event. Da freue ich mich richtig. Das ganze Wochenende von Freitag bis, habe ich noch gar nicht erzählt, ne, dass ich das mache. Auch nicht, äh, auf YouTube. Deswegen, jetzt, misst das. Am 30., ähm, am 31. Juli von Freitag bis Sonntag in Hockenheim auf dem Formel-1-Rennen in der Sachskurve. Wissen jetzt wahrscheinlich schon die meisten, wo das ist. Nicht? Ähm, nee. Ist auch egal. Aber das wird richtig geil. Ich nehme natürlich die Kamera mit und das wird lustig. Wirklich. Aber, um beim Thema zu bleiben, äh, Konzert. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Auf so einen kleinen, äh, Vlog? Ich meine, am Konzert können wir ja ein, zwei Sachen filmen. Aber so auch ein bisschen vorher und nachher so. Ja, doch, kann man wohl machen. Kann man machen, ne? Na ja, wo du gerade, wo du gerade hier in Mallorca, Formel-1-Rennen. Ja, ich bin ja auch etwas, äh, weiter weg. Ich bin ja in, auf drei Tage lang vom 3. bis zum 5. Juni bin ich auf einem kleinen Festival mit 110.000 Besuchern. Und das da wäre Rock am Ring. Ach ja. Ja, da wollte ich eigentlich auch mit, aber, ich bin ja leider nicht da. Also, ich den Alligator nämlich auch nochmal. Ja, Trailer Park wahrscheinlich, Trailer Park auch? Ne, Trailer Park nicht. Na gut. Der hat meinen Alligator nur als Solo-Eck. Aber wahrscheinlich Spell-Ball warst du wieder dabei. Ja, klar. Ja, ist er ja immer. Ich mache gerade mal ein bisschen, äh, wir müssen ja ein bisschen produktiv bleiben hier, ne? Ja. Warte mal ein bisschen, ich sammle gerade mal Seeds ein bisschen, ne? Ich warte mal darauf, dass das, äh, komische Schaf hier die ganze Zeit Gras frisst und ich schere das dann jedes Mal. Hahaha, geil. Naja, so ist das. Ach, schön. Ähm, was ist das eigentlich? Eine, ein Porzellan- ein Porzellan-Sternchen, habe ich noch nie gehört. Aber ist er, ne? Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt. Ja, lass liegen. Ja, lass einfach liegen, ne? Ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt. Das ist, das eignet sich aber richtig gut zum Bauen. Hier haben wir gut ausgesucht an sich, ne? Ja, ich finde ihn auch gut. So, ich gehe mal ein bisschen Holz sammeln jetzt, ne? Aber erst mal, ich sollte mal meine Sachen fertig machen. Erst mal mache ich mir jetzt einen Eimer. Dann mach dir mal einen Eimer, du Eimer. Ich tue gerade mal, ähm, genau, 24 da rein, so. Und jetzt mache ich mir direkt mal zwei Eimer. Zwei Eimer. Zwei Eimer. Und dann hole ich mir das Wasser. Und mache mir direkt eine spitze Hacke. Ne, eine Feldhacke, so war das. Ach, machst du schon mal Feld? Jetzt schon. Jaja, ein bisschen Brot anbauen. Ich habe ja extra gerade Seeds gesammelt, ein bisschen. Ja, ich habe auch noch ein paar Seeds. 14, ein paar. So. Oh, wie ich immer... Ah, Mann. So, zack, zack und zack. Nein, keine Axt, sondern eine Steinhacke. So. Wenn ich, welchen Rapper ich aber auch in der Zeit hartfeile, ist SSIO. Kann ich gar nicht. Ich finde, ey, den musst du dir echt mal geben. Der ist, der macht auch, der macht zwar dieses plumpe Gangster-Rap, aber der ist so witzig. Okay. Musst du dir einfach mal geben. Das neue Album ist der Knaller, ey. Das ist ultra geil. Wer ist der? SSIO. SSIO. Machen wir. Ey, der ist so witzig. So, zack, geht noch einer, geht noch einer. Weißt du, da hat er so eine Szenerie in seinem Song, da sitzt er so im Arbeitsamt und da sagt die, äh, Tante so, ja, Herr Sadat, sie beziehen ja jetzt schon seit 15 Jahren Arbeitslosengeld 2 von uns, aber wir sehen uns hier immer mit einem 750 Li BMW hier vorfahren. Äh, und huch, ist das eine goldene Rolex, die sie hier tragen? Nein, das ist eine gelbe G-Shock. Ha, ha, ha. Und der BW, ich liebe dich. Ach so. Aber Herr Sadat, wem gehört das denn jetzt alles? Das gehört mal hier. Das ist einfach so geil. Der Typ ist so ultra lustig. Musst du schon los, see you? Jeff, ich heiße Jeff. Jeff, mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff. Jeff. So. Ich, ich finde den, ey, der ist, der ist echt cool. Aber momentan geht nichts. Ach, ich freue mich da so drauf, ne? Ja, ich habe euch ja gar nicht mehr. Alligator. Komm ja auch wieder mit, ne? Ja, relativ, ne? Pascal ist dabei. Du, ich, Alex. Kennen wir jetzt alle gar nicht hier, ne? Ja, ist das richtig? Aber, ne, das war es sogar schon, oder? Franzi kommt nicht mit, oder? Benne? Ach so, Benne. Benne, habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Hallo, Benne. Benedikt. Herzchen. Wieso mache ich ein Herzchen? Ich habe keine Facecam, Mann. Du hast ein Herzchen gemacht. Ja, Benedikt fühle dich gedrückt, aber vor allem erst mal wieder zu blöd zum Scheißen. Ja, das ist nur manchmal. Nur, 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 heute ist Montag. Das ist... Ja, ist aber eine Tatsache, ne? Ja, genau. So, hier. Ich mache immer, äh... Was machst du? Ich mache immer die Höchstchenunfälle. Nein! Oh! So. Boah, ich mache mir jetzt auch eine Feldhacke, gehe mir auf den Keks. Zack und zack und zack und zack. So, wir sagen ja, machen wir gleich mal eine kleine Aufnahmepause, oder? Ja, doch, wird Zeit. Aber, genau, das wird Zeit, aber da haben wir doch schon mal... Guck mal, den Grundstein haben wir schon mal gelegt. Wir haben zwar noch kein Haus oder so, aber wir haben schon mal ein Ort, wo wir ein bisschen kampieren und krepieren können. Ja, krepieren ist, glaube ich, nicht so, aber... Wie ist das eigentlich hier in der Lava? Wächst das doch schneller oder langsamer? Ich glaube, macht keinen Unterschied. Obwohl, weißt du, was eigentlich auch schon mal cool wäre? Genau, das hatte ich jetzt auch vor. Welcome, Meta! Der hat den Ahnung. Der hat den Ahnung, ey! Boah, ein zu wenig. Ja, nee, nee, das wollte ich ja, ein bisschen Licht noch. Achso, ja, genau. Ja, das war alles geplant, glaub mal. So, ähm, haben wir denn hier? Sie, 12 Körner, 19 Stück, ich gehe kaputt. So, zack, zack und zack. Alter, was mache ich denn? Was geht auf dem Keks, ja. Zack, zack. Zack und hier nochmal. Zack, zack und zack, zack. Und dann machen wir hier nochmal. Zack, 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 zack. um ja auch noch mal zack 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 bist schon soweit mit dem Feld ja ja doch das kann jetzt wachsen der Server bleibt ja eh online der wächst ja ne ja das war super wohl ich weiß nicht wenn keiner im Chunk ist also wenn der ja gut dann halt nicht dann ist auch egal aber auf jeden Fall haben wir das schon mal so jetzt packe ich die Sachen nochmal weg hier so lass doch mal schlafen komm zu mir ins Bett ja ich komm ne das ist mein Bett raus da ey du warst schon mal schlafen ja mein Bett ja scheiße ich hab das nämlich so obwohl warte ne ich könnte mir jetzt auch noch ein anderes bauen können ne du dir nicht hier oh Gott Feldhacke im Kopf du kriegst mein Schwert an die Kehle du Sau du kannst jetzt nicht schlafen ist ein Monster in der Nähe jetzt nicht mehr so gute Nacht ey das sieht grad voll cool aus meiner Perspektive aber mir auch naja ich würde sagen guten Morgen und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder oder ja guten Morgen gute Nacht würde ich sagen ne weil es ist jetzt auch schon spät schon halb 10 ist schon spät oh schon halb 10 echt ja das geht ja noch dann würde ich sagen gehen wir mal ins hinter dir ok das war jetzt ein cooles Ende ja dann in der nächsten Session würde ich sagen genau machen wir das Loch das machen wir jetzt wirklich das machen wir jetzt nicht mehr das machen wir in der nächsten Session damit wir uns daran erinnern können wie blöd wir sind ja genau ok Leute dankeschön dass ihr eingeschaltet habt ich hoffe ihr feiert da so ein bisschen einfach so ne kleine ungezwungene ihr müsst ja nicht einschalten aber wenn ihr mal ab und zu reinguckt kann man das ja durchaus vertreten einfach ein bisschen blöd durch die Gegend quatschen und komische Scheiße bauen ich verabschiede mich und du auch ja ich sag dann auch mal tschüss schaut auch mal von meiner Seite hier auch mal gerne bei dem komischen Hampelmann da vorbei ja über ein Abo würde ich mich freuen lasst du positive Bewertungen da das sind immer diese Schleimer diese Schleimer ach Gott ey diese Schleimspur ich mag Schnitzelbrötchen ja rauch nicht so viel weil es ist ungesund guten Tag ja genau guten Tag ich sagte guten Tag der rauch nicht so viel ist ungesund ich rauch ja nicht das tut man ja nicht